Wofür lang bin ich mit demokrat zu fliegen? Hey Max, kannst du mir mal einen Namen von einem 1024 Texte Pack sagen? Das weiß ich nicht, was für einen Namen die haben. Es gibt sehr, sehr wenige, die solche Auflösungen... Ach man. Es gibt eigentlich fast keinen System der Auflösung, hat es halt 512 Texte Pack. Das weißt du ja. Das zweitgrößte ist. 512 halt. Ist auch noch hier durch. Ich bräuchte noch den zweiten Eimer noch kurz. Boah, du hast schon 40 Kobbels. Also geh mal einen. Brauch kurz einen. Ja, holst du doch was auf die Piste, du hast da rein. Ich... Du hast doch mal einen怎麼樣. Ich bin nicht mehr dritt. Ich bin nicht mehr drittgross. Ich habe das gleiche. Ich habe einen Moment. Oh, wir sind fast wieder untergefallen. Okay, fast. Hast du wieder zugemacht? Hä? Nichts. So, wir wollen noch hier zubauen. Gut. So, jetzt können wir eigentlich auch schon eine Seed Farm anrichten, oder? Eine Farm. So, dann hier lang. Dann jetzt noch rechts davon. Nochmal eine Farm. Kaktus und so, gar keine Farm. Da war ein einziger Samen, hatten wir da schon. Marco, kommst du demnächst noch? Ja, ja. Oh, da war ja schon Kohle in der Kiste. Ich bin gerade am Einrichter von der Internetseed, in der Neue. Gott, ist das viel Kabel hier. Ich bin gerade am Einrichter von der Internetseed, in der Neue, 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 in der Neue. Gut, oben haben wir eigentlich schon alles erleuchtet und alles hellgemog. Ich gerne das erste Film. Ich bin gerade am Einrichter von der Neue, in der Neue, in der Neue, in der Neue, in der Neue. Nein. Ey, Max, kannst du mir mal kurz den NCP-Pack-Schickern schicken. Hab ich denn, brauche ich denn. Ich hab optimalen. Ui, voll lustig. Gokke! ... selber holen. Brauchen wir eigentlich bis nichts? Nö! ... zumindest einen machen, aber wozu viel die brauchen, weiß ich nicht. Also... Ihr werdet schon mal am Haus heute bauen, oder unserer Höhle, sag ich mal so. Ich baue uns schon mal ein schönes Haus, und das wird dann total nice. Nice. Aber hier hat er nur voll wenig Erde. Wir haben sie aber alle schon verbraucht, oder ist eigentlich relativ gut verteilt, wie wir es gemacht haben. So kriegt man nie irgendwelche Herden. Nö, wenn wir mal die ganzen Challenges fertig haben, dann bauen wir uns eine Brücke zum Festland. Ähm, 400 Blöcke von hier entfernt schon. Wo kriegst du, kriegst du es gar nicht? Äh, du hast hier Koppels weggebrochen. Man, ja, hätte ich es gehabt. Ja, fuck, das muss ich nicht mehr machen. Ach, hier unten liegen 30 Stück. Wir brauchen aber mehr Holz, sonst kann ich das rausnehmen. Ja, 25. Ja, da kriegst du einen Krampf in das Ding. Ich krieg Krampf, weißt du? Ja. Was? Ja, für den Krampf, gell. Kriegst du voll. Voll in die Fresse rein auch noch, gell. Ist, ist gut. Wo ist denn der Baum? Wir haben keinen Holz. Äh, sollten wir nicht den Set legen, die wir in die andere Stimme tun? Nö, nö, die wachsen seit der neuesten Version, wachsen die nebeneinander. Oder können sie nebeneinander wachsen? Du, warum? Die fahren mit deinem Gamer-PC. Oh mein Gott. So, ich wende den Plex. Weitere Bauvorhaben. Marco, würdest du demnächst mal auf den Server kommen? Nein, das kann ich nicht. Natürlich, Moment. Verdammt, Scheiße. Einen zu setzen ist drin. Ja, wir haben hier noch einen. Ist immer nur... eigentlich nicht so. Ja, ich komm auf den Server. Oh yeah, what the fuck? Yeah, bitches! Ich komm auf den Server. Ja, heeeah. Lalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalala. Ich bin in ganzer Wald. Eins, zwei, drei, vier, fünf Bäume. Rau. Hab mich verzeiht, hab mich verzeiht, vier Bäume. Schkurt, schkurt. Na ja, ich bin in der ersten Klasse. Wenn ich genug Holz habe, dann ist das Haus fertig. ich möchte Oberwachs ist ja bei mir die Porto Riep an den Sernbäckst du erlaubt um Uhr ab guck mal wieviel Changes wir schon geschafft haben gut ich lese vor Prozent der Kommission der Ex-Panze Island ja relativ mega mushroom farm name makes some bless nine mega read farm brütteln schott mit dem kaktus von jess zum brett haben nicht make a bit make a bed in the forest la haus make a small waterfall and lake small waterfall was and to the end of the waterfall and make five make torches make it infinite